Juh, hör mir mal zu, ich hab ein cooles Geschenk für dich! Was? Du hast ein Geschenk für mich? Du warst dieses Jahr artig und zu Weihnachten will ich dir was cooles schenken von Anywhere hilfsversichtlich! Oha! Was? Von Anywhere sogar? Was hast du mir mitgebracht? Na, guck doch mal einfach nach rechts, das Geschenk ist doch schon da! Ich hab dir das gerade eben platziert, guck dir das mal an, das wird dir gefallen! Okay, Captain Floschi! Nicht nach links, nach rechts! Ah, tut mir leid, Captain Floschi! Captain Floschi, Dankeschön für das coole Anywhere-Geschenk! Und damit werde ich keine Probleme mehr haben? Nein, damit wirst du gar keine Probleme mehr haben! Das ist eine Bestie, das ist eine Bestie, die ist genauso stark wie ich! Willst du wissen, was da drinnen verbaut ist? Erzähl mir, was ist da drinnen? Verbaut ist nämlich die super starke i19.900 KF-GPU mit 3,7 GHz, 32 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD, Windows 10 als Betriebs PC und die super starke Nvidia GeForce RTX 3080! Das ist ja wirklich eine Bestie! Du wirst gleich eine Challenge machen müssen, ja? Dort wirst du alle Einstellungen auf Maximum stellen, das neue Raytracing mit dieser neuen Grafikkarte ausprobierst! Ich will einfach die beste Qualität gleich sehen, ja? Na dann, mach dich bereit zu und let's go! Und da sind wir auch schon im Spiel drinnen, zusammen mit Prishter! Was geht ab, Freunde? Bro, ich habe hier gerade einen Airdrop gesehen, wo ist der Airdrop? Hier, hier, hier! Markier mal! Okay, da müssen wir nämlich gleich hin, Leute, und ich habe alles auf episch eingestellt! Prishter, du glaubst gerade gar nicht, wie die Texturen bei mir aussehen! Mal gucken, ob hier Leute landen werden! Ich glaube, ich gönne mir die erhöhte Position hier, und dann werde ich direkt runterjumpen! Weißt du, wir sind die Ersten? Weil aus dem Airdrop kommt sowas Heftiges immer eigentlich raus, in dem Modus! Ich mach mal den hier, Bro! Zack! Mal gucken, ob das schlau genug war! Ja, das war, glaube ich, schlau! Nein, der ist schlauer! Und! Nein, ich habe nichts bekommen! Ja, dann müssen wir rauf! Ich bin One-Shot fast! Weg mit dem! Lass mal auf den Opa, auf den Opa! Der Opa hat auf jeden Fall die Items! Warum riften die? Warum riften die? Ne, wir riften nicht, wir riften nicht, wir gehen direkt rauf, wir müssen rauf gehen! Auf Fischkopf, Larry, auf Fischkopf, der Arme! Das ist ein Freund von mir gewesen! Ehrlich? Egal, da müssen wir rauf! Bam, bam! Der hat zwei Hits, Bro! Hast du den? Nice, jetzt komm zu mir, zu mir, zu mir! Der hat gute Hits, ich bin Two-Shot! Auf sieh, auf sieh, auf sieh, Leute! Der Modus macht so Bock! Boom! Bam! Wichtig! Genauso und nicht anders! Mal gucken, wo der Opa eigentlich hingerannt ist! Ich sag dir, bei mir sieht die Quali so krass aus, ne? Ich finde das so geil, wenn du in dem Modus im Late-Game bist, das macht so übertrieben Spaß! Hier, wenn wir die killen, dann kriegen wir nochmal 50 HP dazu! Okay, let's go! Bam, 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 bam! Und jetzt auf seinen Partner, Digga! Er hat seinen Partner verloren! Auf seinen Partner, Bro! Wichtig, stark zugebaut! Stark zugebaut! Wirklich gut! Hat nochmal einen Hit abbekommen! Dein Freund wird sterben! Dein Freund wird sterben! Der wird gleich verrecken! Das ist das Geile dran! Wenn wir immer hinterher rennen, dann wird sie gar nichts mehr machen können! Warum machst du das so früh? Oh, oh mein Gott! Ähm, ah ja! Aha! Oh mein Gott! Sie ist... Oh, sie hat... Nein! Juhu! Das war so früh, Bro! Das war wirklich fast perfekt, aber nur fast! Hat noch einen Hit bekommen! Sie ist, glaube ich, jetzt One-Shot! Die Arme, die Arme! Oh, okay, sie hat versucht, was zu machen! Oh, warte, sie springt! Und... Ich renne rechts lang! Bam! Hat noch einen Hit! Okay, sie... Zack! Nein, 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 nein! Die Arme, das macht so Spaß, Leute! Was ist das für eine Verfolgungsjagd? Oh mein, Erocio, guck mal, sie ist tot! Was? Hast du getroffen? Ja! Ehrlich? Das sah so aus, aber ich glaube, da kam kein Hit raus! Doch, 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 süße, bei mir ist ich dann eine Zwanziger! Okay, geil! Ich gehe rechts lang! Bam! Nein, sie ist in einem perfekten Moment gejumpt! Oh mein Gott, Tio! Was macht der denn da? Ja, wichtig! Schmutzberger! Pass auf, pass auf, pass auf! Hier sind mehrere Leute, wir müssen zusammenbleiben! Wen hast du gehittet? Wir müssen auch gut kommunizieren! Und immer den gleichen hitten! Hat einen Hit, hat einen Hit! Oh mein Gott, sie ist tot! Sehr gut bist du da, richtig gut! Teamwork des Todes, die holen wir uns auch noch! Die holen wir uns auch noch! Warte, warte, ich nehme sie mit, vorsichtshalber, man weiß ja nie! Ey, ich bin gar nicht so schnell, wenn ich sie nehme! Ich dachte, ich bin dann genauso schnell! Aber menschlich gesehen war das ja echt... Hinter uns! Hinter uns! Na, junge Dame! Schwitz das Skin ist das! Ey, sie hat mich rauskatapultiert! Oh, mich auch! Aber sie ist auch! Hinterher, hinterher, hinterher! Wir müssen dann raus, du hast recht, du hast recht! Lass aus der Zone raus! Ah! Ich habe keine Mets mehr! Ich muss irgendwie aus der Zone raus! Aber wie mache ich das? Schaffst du es raus? Ja, ich schaffe es! Ich bin draußen! Hast du Impulsgranaten? Nein, nein, habe ich nicht! Aber wir sind schneller als die Zone! Okay, nice, nice! Ich habe fünf Kills schon, Bro! Das ist mein Modus einfach! Wir müssen uns jetzt heilen! Wir müssen uns heilen! Mach Super Saiyan Naruto-Modus an! Weg mit dir! Ey, das war sogar gut! Jetzt kann ich hier weitersliden! Ui! Guck mal, was ich mache! Guck mal, wie schnell ich bin! Sue, du bist so schnell! Sue, bleib stehen! Sue! Ich habe einen geholt! Nein! Ich geholt! Let's go! Enrico! Hinter dir! Oh mein Gott! Hab noch einen! Und Sue! Noch einen! Auf den! Bam! Noch einen! Bishop! Wir sind es einfach! Wir sind es einfach! Wir sind es einfach! Warte, auf den können wir auch gleich rauf! Ich kann ihn zubauen! Noch nicht? Oh ja! Nein, ich habe keine Batswack gehabt! Da müssen wir hinterher pischern! Egal, was passiert! Das Problem ist, Freunde, wir haben leider keine guten Items! Ich habe gehofft, dass wir irgendwas Cooles irgendwie haben! Das ist ein Faker-Suit! Das bist du nicht du! Komm her! Komm her! Guck mal, sie macht Herzen! Eigentlich müssen wir nett sein, ne? Nein! Aber wir brauchen deren Items! Oh, das war ein Fehler! Das war ein Fehler! Das war ein Fehler! Und du bist auch... Ich glaube, sie ist One-Shot! Oh mein Gott, Leute! Das ist mein Modus! Aim this Tudus! Komm mit, lass zusammenbleiben! Lass zusammenbleiben! Wir brauchen Items! Wir müssen jetzt erstmal Items finden! Ey, guck mal, sogar im Dunkeln diese Schattierung! Das sieht zu geil aus, oder? Was sagt ihr, Chad? Oh mein Gott! Also ich sagte, ich muss mir mal in meine Aufnahmen angucken! Alles auf episch bei mir sieht zu lecker aus! Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken! Zusammenbleiben! Okay, noch gucken, ob es hat einen Hit! Ja, nice! Zubauen! Versuch, einen Schneemann zu holen! Oh mein Gott, Fischer, zu gut! Oder lass abhören, lass abhören! Dann können wir gucken, wo sein Mate ist! Der ist nämlich alleine und dann werden wir den holen! Hat der noch irgendeine Items, die, ne? Wo ist sein Mate? Wo ist sein Mate? Hallo, Mate! Der Mate ist nicht da! Ja, lass mal den attackieren! Der tanzt gerade, der hat bestimmt Low Life! Und da ist ein Schneemann! Nein, sie hat mich weggeschleudert! Hier, Wrestlerin, Wrestlerin, komm mit! Die ist gefährlich, wenn wir sie jetzt holen! Stark, schöner Hit! Hat einen Hit! Hat noch einen Hit! Hat einen 20er Hit kassiert! Stark! Lebekuchen hat auch zwei Hits bekommen! Die haben Angst vor uns, Bro! Die haben richtig Angst vor uns! Hab noch einen! Wrestling, Stu, wo bist du? Ich hab noch einen! Komm zu mir, komm zu mir! Ich komm her! Stark, stark, stark! Und jetzt auf die! Nice, Digga! Ich muss mich daheim! Hatte sie Impulsgranaten? Nein, hat sie nicht! Komm, Stu, wir müssen nicht hoch! Du hast auch gar keinen Impulsgranaten, oder? Nein, nein, nein! Ich hab nur einen Schneemann! Die Rest, sie ist am Tanzen! Sie tanzt schon die ganze Zeit! Verheimlich rauf und... Hat einen Hit! Du auch nochmal! Genau, ist stark! Das heißt, sie kriegt noch einen Hit! 40! Das heißt, sie hat 50! Also müssen wir noch zweimal... Dreimal hitten müssen wir! Jetzt müssen wir nur noch zweimal hitten! Auf sie, auf sie! Leute, wir machen das ohne Impulsgranaten! Da hat jemand geriftet, aber egal, wir gehen nicht in den Rift rein! Wir müssen sie holen, Stu! Ja, ja, wir müssen sie holen! Wir brauchen unbedingt guten Loot! Und wir müssen unbedingt den nächsten Airdrop holen! Das ist wichtig! Die bleibt nicht stehen, Stu! Die bleibt nicht stehen! Ja, die bleibt nicht stehen! Aber sie springt! Ist das gut? Nee! Weiß ich nicht! Ey, ich wurde einmal gehittet! Stu, lass auf, hinter dir! Lass sie hoch, lass sie hoch! Ich wurde noch einmal gehittet! Stu, ich bin alleine, Stu! Ich bin alleine! Komm zu mir, komm zu mir! Bist du bei mir? Ja, ich bin bei dir! Lass mal zum Airdrop hier in die Ecke, damit die wissen, dass wir hier zusammen sind! Weil wenn die wissen, dass wir zusammen sind... Guck mal, die machen halt unsere Taktik! Die rennen halt immer nur den Leuten hinterher, die alleine sind! Eben gerade dachten die, ich bin alleine! Und dann kam Pisch da von der Seite und dann haben die Angst bekommen! So ein Ding ist das! Der darf den Airdrop nicht bekommen! Mach auf, mach auf, Stu! Ich mach auf! Hab, hab! Oh mein Gott, ich hab's! Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Lass nach oben, lass nach oben! Lage abchecken! Stu, dein Chili hast du vergessen! Ich hab's mitgenommen! Ja, nice, nice! Die haben Angst bekommen! Wichtig! Okay, ich heil mich kurz! Bro, jetzt haben wir noch einen Schutzschritt und Drift! Ey, die Quali ist zu übertrieben! Geil, Mann, mit dem neuen Alienware PC! Die hat alles gewasted, hier unten ist sie! Rein da! Rein da! Hat einen Hit! Ich seh nix! Sie hat sich versteckt! Sie hat meinen Schutzschritt geklaut! Sie hat sich versteckt! Sie hat sich versteckt! Okay! Das ist sie, das ist sie! Das ist sie! Sie hat Disconnect bekommen! Nice, 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 nice! Wir haben 14 Kills, Bro! Wir haben 14 Kills! 15, 15 insgesamt! Okay, bei mir steht 14! Die holen wir uns auch! Hat einen Hit! Oh, sie ist eingesperrt, sie ist eingesperrt! Stark! Stark, 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 stark! Sie ist down! Down, 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 down! Nicht aus Zone rausfliegen, pass auf, ne! Nicht aus Zone rausfliegen! Nein, 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 nein! Sie, ich hab Chili genommen! Okay, nice, du hast Chili jetzt schon gewastet! Benutzt! Und? Sorry! Alles gut! Ich bin eh trotzdem so schnell! Guck mal, die hat einfach keine Ahnung, wie ich bin! Sie springt einfach über uns! Springt, pass auf, hinter uns sind so viele! Ich hab sie gleich, ich hab sie gleich! Stark, Digga! Hinter uns! Die schleunen hier die ganze Zeit alle weg! Rauch mit dir! Oh mein Gott, du! Oh, hab, Lister, du hast... Oh mein Gott! Nehmen, nehmen! Du hast die Hops genommen! Lister, wir sind einfach Tag-Team in dem Modus! Wir sind einfach Stream-Team! Haus aus deinem Schneemann! Kannst du kurz zu mir kommen? Da hinten ist noch ein Air-Drop! Schnell zum Air-Drop! Zufall zum Air-Drop, Bro! Dann kriegen wir noch ein Rift! Nein! Oh, ich hab Rift! Hast du... Nein, die haben meinen Rift geklaut! Aber du hast noch einen Rift, ne? Ja! Ja, nice, nice, nice! Ich hab einen Hit, Stu! Ein Hit! Diese Frau... Wo bist du? Die haben die meinen Rift geklaut! Keine Ahnung, wie du das gemacht hast! Ja, ich weiß nicht! Ich bin halt ein Monkey! Diese Lehrerin! Ja, diese Lehrerin! Oh, Stu! Der hier, der hier, der ist... Hat einen Hit! Komm her! Komm her! Komm her, Boy! Komm her, Goal! Der hat zwei Hits! Und... Zubauen! Pass auf, pass auf! Hinten, die machen Druck! Oh mein Gott, Stu! Ich bin einfach... Der ist One-Shot! Wirklich, der ist One-Shot, Digga! Der ist One-Shot! Der Typ da hinten, der wird gleich sterben! Ja, ich hab ihn bekommen! Ich hab ihn bekommen! Zehn Kills! Ja, ja, lass zusammenbleiben! Wie viel Kills? Acht Kills? Acht, ja! Ja, ja, nice! Nimm die Metz hier noch mit! Airdrop kommt runter, den nächsten müssen wir auch unbedingt holen! Pass auf, so langsam fangen die an! Dieser Hulk ist gut, ne? Wir müssen irgendwie Shihulk besiegen! Okay, wir müssen Shihulk besiegen, machen wir! Komms, Yu! Lass du Shihulk einfach drauf! Hier wurde noch jemand geholt! Boom! Shihulk hat einen Hit! Hat noch einen Hit? Stark! Zack! Okay, Shihulk läuft rüber! Hat noch einen Hit? Einfach leichte Hits verteilen! Wir müssen die jetzt nicht direkt low machen! Hauptsache, wir verteilen leichte Hits, so wie jetzt! Das ist einfach unser Modus, Digga! Unser Modus, das ist so krass, was wir hier machen! Und zu baut! Stark! Hat einen Hit! Und? Und? Zu baut! Übertrieben gut! Komm hoch, zum Airdrop! Hat einen Hit! Okay, die Riften, die Riften! Alles gut, komm zu mir, komm zu mir! Ich bin mal reingegangen! Okay, komm direkt dann zum Airdrop! Wir müssen den Airdrop aufmachen! So, ich bin direkt mal Airdrop! Mach auf, mach auf! Hab einen Airdrop! Hast du Shihulk? Ich hab Chili! Ich hab Chili! Das war gefährlich, was ich hier gemacht habe! Kannst du zu mir kommen? Ich muss Riften! Nein! Nein, 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 nein! Du hast noch einen Rift, ne? Ja, ich hab noch einen Rift! Ey, ich hab einen Fehler gemacht gerade! Oh, oh! Das sieht gar nicht gut aus, Bischar! Ich hab einen blöden Fehler gemacht! Du musst das jetzt holen! Du darfst keinen Hit abbekommen! Ich hab, ich hab! Ich hab! Nice! Ich bin nämlich One-Shot, weißt du? Ich bin anders One-Shot! So, Siu, ich hab Shihulk! Noch einen! Ich hab Shihulk! Ich hab Shihulk! Ich heil mich hier! Nimm die Impulsgranaten! Die sind noch in der Luft! Keiner hat keinen Bock! Siu, alle haben Angst vor mir! Alle haben Angst vor mir! Hinter mir ist jemand! Alles gut! Bleib bei mir! Bleib bei mir! Gib mir Rückendeckung! Siu, hau ab! Hast du Chili genommen? Okay, okay, warte! Ja! Ich hab Chili genommen! Rauf da! Rauf da, rauf da, rauf da! Hat nen Hit! Es war gut, wenn ich den kille, damit ich full life bekomme! Die gehen auch in den Rift rein! Alles gut! Alles gut, alles gut! Nimm Dosen, dann schmeißen wir die mit Dosen ab! Wir schaffen das, Digga! Wir schaffen das! Ich kann mich hochheilen so lange! Wir haben 20 Kills, Siu! 20 Kills im Gesamt! Oh mein Gott, ey! Das ist die Runde gewesen, Leute! Es war zu schade, wenn wir das jetzt losen, sag ich dir ehrlich! Wir losen das nicht, Siu! Sag das niemals, okay? Sag das niemals! Ich mach mich gleich full life! Okay, wir tun das easy! Ehre, Digga! Ehre! Die kommen gleich runter und dann müssen wir full drauf, ja? Auf Lebkuchen! Lebkuchen! Lebkuchen, AZ kassiert's, Ju! Stark, auf Lebkuchen! Jetzt full auf Lebkuchen! Hat nen Hit! Okay, Lebkuchen ist down! Stark, finischen! Bei mir, bei mir! Habt noch einen! Nice! Das ist der letzte! Und! Los, Siu! Reiß an die Zone! Boah! Pisch da! Oh mein Gott, ey! Das war so ne geile Runde! Was für ne geile Runde war das! Wir haben wie viele Kills? Ich guck mal, wie viele Kills ich habe! Ich hab 12 Kills, du? Ich habe 11 Kills! 23 Kills haben wir gemacht! Freunde, checkt auf jeden Fall Pisch da ab! Und Freunde, wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr mir so Sachen ermöglicht! Dass wir auch zum Beispiel diese coole Kooperation mit Alienware haben! Und ich diesen PC bekommen habe! Wirklich, ich küsse eure Herzen! Und falls ihr Fragen zu den PC habt! Ganz oben ist der Link zu Alienware verlinkt! Und auch zu den weiteren PCs von Alienware! Vielleicht gibt's den einen oder anderen! Wer sagt, ey, ich brauch einen neuen PC! Dann checkt auf jeden Fall meinen Partner Alienware ab! Leute, haut rein! Wir sehen uns! Bye, bye!